hallo youtube freunde willkommen zu meinem video erst mal ein gutes und ich grüße euch alle und ein trödelpiece es geht um die zwei produkte hier zum testen die ist noch zu da riecht man jetzt die schokolade so sieht die aus ja kann man sich gut hinterschaufeln ja acht von zehn hinterschaufelpunkt hier riecht man den kokos schminkt nach datteln den kokos in die dattel ist ein geiler geschmack so sieht es aus vielen dank leute lassen aber der kommenter und den like und dann nicht vergessen tschüss